Bapapada pada pada ba... Baoo. Hoch påo! Channing! Wā? ūwā? Party! Hey Kinder, DojoDan hier. Party machen ist cool, aber wisst ihr was auch cooles? Selbstverteidigung. Hey Brutus. Heute zeige ich euch, wie ihr euer Chi entfesseln könnt. Mit dieser Methode hat man damals schon im alten Korea Tiger vertrieben. Mach dich groß! Guck böse! Entfessel deinen inneren Gorilla! Verängstigen sie ihr gegenüber mit Feuer! Guck böse! Guck! Guck! Oh Oh Wisst ihr was auch cooles? Ja! Selbstverteidigung Oh 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 Scheiss Party Oh Oh Hey Oh 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 Machen wir es nochmal? Mit dieser Methode hat man damals schon im alten Gene China Ja gut also Heia Grönende Abflusser